In diesem Video lernen Sie den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz kennen. Wir haben ein Unternehmen, welches Geigen herstellt. Nach einer Weile hinterfragt sich das Unternehmen, ob die Herstellung von Geigen überhaupt noch marktgerecht ist. Eventuell wäre es sinnvoll, auch Trommeln zu erstellen oder eine Kombination von Geigen und Trommeln. Diese Hinterfragung wird Effektivität genannt. Bei der Effektivität wird hinterfragt, ob überhaupt das Richtige gemacht wird. Das Unternehmen entschliesst sich, weiterhin Geigen zu erstellen und auf Trommeln zu verzichten. Sie möchte aber den Prozess zur Erstellung der Geigen optimieren. Dies wird Effizienz genannt. Bei der Effizienz wird kontrolliert, ob die Abläufe richtig durchgeführt werden. Hier noch die Zusammenfassung.